Hallihallo, ich bin Annemarie, ich bin virtuelle Fotografin und ich helfe dir, dich in deinen Fotos bestens zu inszenieren. So? Ja, und dann die Kamera noch ein Stück weiter nach links. Genau, wenn du dir auf die Wand so richtest, vielleicht so unten am Rand von dem Gras, wo das Gras beginnt. Leg mal die Köpfe aneinander. Damit du dich einfach wohlfühlst, damit du keine Angst hast, dass du irgendwie doof aussiehst oder dass du verkrampft bist oder alles so gestellt wird. Wir haben Spaß in meinen Fotosessions und weil ich auch virtuell Fotos mache, also nicht nur in Person vor Ort. Ich sitze in Bamberg, mache aber Fotos in Jena und quer um die Welt, also ich reise viel. Das heißt aber nicht, dass du nicht meines Services trotzdem nutzen kannst, denn wie gesagt, ich mache virtuelle Fotos und die sehen folgendermaßen aus. Wir haben vorher ein kleines Gespräch, wo wir uns über deine Vision unterhalten, was du gerne möchtest, wie sich die Fotos anfühlen, welche Sachen du in deinem Schrank hast, wo du die Fotos machen möchtest. Und ich gebe dir Ideen und du kannst mir deine Pinterest- oder Instagram-Beispiele zeigen. Und dann haben wir eine tolle App, die du dir runterlädst, wo du mir den Code teilst. Und in der App ist das quasi wie so eine Art Zoom-Gespräch, fast schon wie ein Telefonat, denn du stellst dein Handy irgendwo hin, so wie ich dich anweise. Und dann machst du halt einfach verschiedene Posen. Ich gebe dir Anregungen, ich unterhalte dich währenddessen. Und du lässt dich einfach quasi fotografieren von deiner Kamera, die ich dann während dieser Sitzung bedienen kann. Ich lade mir dann die Fotos runter, die kann ich dir auch dann zeigen, damit du dir deine Lieblinge aussuchst. Und im Anschluss präsentiere ich dir dann innerhalb von zwei Werktagen die vollständigen Fotos, die super professionell bearbeitet sind. Nicht retuschiert, bist immer noch du. Ganz einfach, du kannst quasi eine professionelle Fotosession haben auf deiner Couch, in deinem Büro, in deinen eigenen vier Wänden, wenn du willst oder im Garten. Aber je nachdem, Hauptsache du hast Internet, du hast ein Handy und ein Stativ, damit du deine Kamera auch irgendwo hinstellen kannst, auf Augenhöhe. Und hast quasi deine professionelle Fotografin direkt in der Kamera. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne eine Nachricht.